Ja, Kinder, was soll der Papa zum Thema Wärmepumpe sagen? Ja, vielleicht EDG. Kennen Sie? EDG. Einfach drauf, geschissen. Ja, ich brauch keine Heizung, weil der Papa ist von Hause aus ein heißer Typ. Und deshalb werde ich ja auch hin und wieder mal als lebendiger Heizstrahler gebucht. Aber nackt. Tja, und wenn ich mal nicht kann, dann kommen halt die Handwerker. Wie beim Papa. Schöne Baustelle, den eigenen vier Wänden. Da sind sie gerade ordentlich am Rumröden. Damit die einzige feuchte Stelle hier in der Bude weiterhin das Schirmchen bleibt. Ja, aber für mich sind ja die Handwerker von heute die Chirurgen von morgen. Wochenlang ausgebucht, immer unterbesetzt und am Ende mehr Kohle in der Tasche durch Handarbeit. Also Kinder, gerade jetzt zur Abi-Zeit, wir müssen nicht jahrelang studieren, um Karriere zu machen. Nee, gerade im Handwerk kannst du dich satter machen, als die Erika im Schlaraffenland. Also, schön Abi, dann Ausbildung, dann Meisterbrief und dann eigener Betrieb. Mit eigenem Büro oder halt hier. Massenhaft Equipment. Für weitere Karriere-Tipps, es leitet ihr immer schön in meiner, die, die, also, DMs. Denn ich sag ja immer, wenn Gott dir Scheiße gibt, dann schnitz ich da noch ne Geige draus und spiel Mozart drauf. Schon immer mein Motto. Also Kinder, das Grüße von Bernds Baustelle und bis bald. Bis bald.